Okay, muss ich jetzt irgendwas machen? Ah. Da vorne ist ein Kiosk. Geh einfach weiter. Okay. Wenn es dir gefallen hat, empfiehle uns gerne weiter und besuche eines der vielen anderen Mysterien, die es jetzt in der Stadt gibt. Eintritt bald nicht mehr frei. Macht er bestimmt. Okay, wie komm ich... Okay. Okay, da komm ich nicht weit. Geh ich? Komm ich? Ah. Starten wir mit der Personalisierung. Während du diese Bilder ansiehst, möchte ich, dass du an deine Zukunft denkst. Deine Hoffnungen und Träume. Ein zylindrischer Raum. Oha. Ah, ja. Ich bekomme gute Daten. Ein Display blitzt geil auf. Und das war's. Ein neuer Anzug und ein Helm materialisieren sich auf Miles' Körper. Wie krass. Ein DJ-Deck und Publikum tauchen auf. Genieße die Show. Keine Sorge, ich kann alles mithören und sehen. Sag einfach Bescheid, wenn du dich unwohl fühlen solltest. Und jetzt lebe deinen Traum. Also dann mal los. Nutze, linker Stick, rechter Stick, L1-Taste, R1-Taste, entsprechend der eintreffenden Noten. Stimme die Beats ab. Linker Stick nach oben, linker Stick nach unten, rechter Stick nach oben, rechter Stick nach unten, L1-Taste, R1-Taste. Irgendwie erinnert mich das ganz, ganz schwer an Sequence Storm. Ich weiß nicht warum. Gut, ich bin drin. Oder wie heißt das andere Ding? Beat Saber, glaube ich. Stimme die Beats ab. Linker Stick nach oben, linker Stick nach unten, rechter Stick nach oben, rechter Stick nach unten, L1-Taste, R1-Taste. Das gefällt mir. Jetzt geht's los. Und los. Okay, jetzt wird angeheizt. Nice. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich folge den Anweisungen des Screenreaders. Ich habe aber keinerlei akustische Ansage, ob ich das richtig mache. Das Einzige, was ich spüre, sind die Vibrationen des Controllers. Oh, ähm, ja. Oh Gott. Also auch wenn ich verwirrt bin, ist es ein schönes Gimmick, was sie da eingebaut haben. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt geht's richtig ab. Wir drehen auf. Also wie gesagt, auch wenn ich tatsächlich verwirrt bin und nicht weiß, was ich hier tue, aber ich finde dieses, dieses, diese Möglichkeit einfach genial. Vielleicht mache ich es auch richtig. Ich weiß es nicht. Es ist aber echt cool. Ich mag sowas zwischendurch mal. Genki muss das probieren. Macht euch bereit. Das DJ-Deck schlägt Funken und explodiert. Miles fällt auf die Tanzfläche. Der virtuelle Club bricht in mehrere Plattformen auf, die durch pinkfarbenen Dunst schweben. Hinter einem Abgrund sieht ein asiatischer Mann in Anzug und Krawatte Miles an. Ähm. Lee? Ähm. L1-Taste, Plus, Reieck-Taste, Donnerstoß. Ähm. Hä? Wie habe ich das gemacht? Wo ist die hin? War das überhaupt echt? Hä? Ah, hallo! Aua, aua, aua! Hören Sie mich? Ja, ja. Ihr habt hier eine kleine Fehlfunktion. Offensichtlich! Sehr leid, wir sehen dich nicht. Willst du beschreiben, was passiert? Ich hab den Club gerockt. Dann kamen ein paar Fieslinge. Und jetzt wollen die mich rocken. Oh, yeah, ja. Ich hoffe, hier ist nichts passiert. Ich komm schon klar. Aber können Sie nicht den Stecker ziehen oder so? Es ist so einfach. L1-Taste, Plus, Reieck-Taste, Donnerstoß. Hallo? Oh, hier wird nicht geschossen. Ähm. Wo sind die alle? Ich bin schon wieder voll. Voll irgendwo anders. Ja, schlagen bringt nix. Okay. Oh. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich... Ich muss die erst mal alle erledigen eigentlich. Ich bin schon wieder die ganzen Dinger nicht gekommen, ey. Ich bin schon wieder... 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 Ja, jetzt bin ich offenbar in der Nähe. R2-Taste. R2-Taste. Okay. Ähm. Du solltest einen Ausgang sehen. Okay. Zeit zu gehen. In Alltagskleidung rollt Miles aus dem Gebäude. Genki und Beck eilend zu ihm. Bist du okay? Ja. Es tut mir wirklich leid. Wir tun alles, um zu klären, was passiert ist. Aber bis dahin... Beck betrachtet traurig das Mysterium. Später hängt er an ein Samtseil vor dem Eingang ein Schild, wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Kann einem schon leid tun. Miles! Peter kommt aus dem farbenfrohen Getümmel und zeigt auf das Schild. Also, was ist hier los? Oh. Äh, die Zukunft des Entertainments hat noch ein paar Schwester. Miles grinst. Hi, Pete. Cooles Shirt. Coole Schuhe. Echt coole Schuhe. Cooles Outfit. MJ und Harry. Hey, Miles. Genki? Leute, das ist mein bester Freund Harry. Er ist gerade aus Übersee zurück und gründet eine neue Forschungsstiftung. Du meinst, wir gründen gerade eine neue Forschungsstiftung. Hey, freut mich echt. Neuer Job, was? Bleibt da noch Zeit für Nachhilfe? Miles sieht Peter an. Kriegen wir hin. Wollen wir? Ganz ehrlich, das Ding vorhin hat mich echt mitgenommen. Hohnen wir ab? Okay. Hat mich gefreut, Harry. Ja, gleichfalls. Miles schreibt am Handy. Hey, Hayley, tut mir leid. Ich schaff's nicht zu deiner Ausstellung. Geht's dir gut? Ja. Also, äh, ich meld mich später. Miles, sehen wir uns später? Hayley, klar. Hey, wir sollten nach Miles sehen. Ob's ihm gut geht? Ja, mach ich. Okay. Die scheinen nett zu sein. Schade, dass sie die beste Nacht unseres Lebens verpassen, ha? Harry lächelt. Die drei gehen zu den bunten Ständen. Automatische Quicktime-Events sind aktiviert. Diese Funktion spielt die Minispiele auf Gunscony Island automatisch. Wenn du die Minispiele selbst spielen möchtest, kannst du die automatischen Quicktime-Events in den Gameplay-Einstellungen ausschalten. Zum Fortfahren. Kreuztaste. Drücken. Ja, da ich nicht weiß, ob die Minispiele für uns so spielbar sind. Okay, das ist der Plan. Dieser Abend ist das Album mit den größten Hits unserer Kindheit. Und die drei Top-Singles sind unsere Lieblingsattraktionen. Und Peter, der Glückspilz, darf anfangen. Ist das etwa... Okay, wir machen mal ganz kurz die Minigames aus. Einen Augenblick, ich bin sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Und jetzt werde ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Hä? Schrei doch nicht so. Bewegen Sie einfach den Wassersprall zum Ziel. Ähm. Willkommen. Okay, legen wir los. Kommen Sie näher. Wir haben keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt. Viel Glück, wirst es brauchen. Nee, Pete, du schaffst das. Okay, Spieler. Fingern ab, los geht's. Augen aufs Ziel. L2-Taste oder R2-Taste, um Wasser zu schießen. Zum Starten, Kreuztaste, drücken. Okay. L2-Taste oder R2-Taste, um Wasser zu schießen. Und unsere Teilnehmer scheinen in Top-Form und gut gelaunt zu sein. Harry, was machst du da? Dich ablenken. Haha. Und es funktioniert. Haha, das ist gemein. Los, Pete! Du bist für ihn? Ich mag halt keine Schummler. Oh, das ist da weh. Äh. Okay, man kriegt halt... Ja! Haha. Haha. Moment! Was ist mit dir am Preis? Oh, ist okay. Danke. Das war bloß ein Spiel. Beim nächsten gewinnst du nicht. Ach, das werden wir sehen. Oh! Ich hab gewonnen? Als nächstes in den Top 3. MJ Watson und der Speed Demon. Ja! Gehen wir auch zu den anderen Fahrgeschäften und spielen. Wenn wir gehen nur machen, gewinnen wir etwas am Preis. Ich wusste, ich hab das irgendwo gelesen. Ich hab das irgendwo gelesen. Hachendlich ist der Skript, jemand noch so aufregend bin, oder? Ach, Schwachkopf. Lasst dich nicht von ihm unterkriegen, MJ. Er hat Angst. Du weißt doch, was für eine Höhe Angst ich habe. Spiele Test Your Love. Fahre mit der Flying Mantis. Fahre mit dem Opt. Optionale Fahrten und Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Spiele Swish Swish. Spiele Knock-I'm Down. Spiele Test Your Love. Fahre mit der Flying Mantis. Fahre mit dem Opt. Ja. Geh zum Preisstand und schreibe deinen Preis. Was für ein Arm. Leute, ich mach dann doch trotzdem mal die Dinger wieder an, weil ich glaube, das kann man vielleicht auch nur tatsächlich automatisch machen. Sorry. Moment. So. Perfektes Wetter. Der Geruch von Hot Dogs. Lachen wir Menschen. Oh, wir sind sogar in der Fernse Summe. Ist das nicht ein Fliege? Spiele Swish Swish. Spiele Knock-I'm Down. Spiele Test Your Love. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit den Time Twister. Spiele Swish. Optionale Fahrten und Spiele. Ja, Screaming, das ist ja gut. Spiele Knock-I'm Down. Spiele Test Your Love. Fahre mit der Flying. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit den Time Twister. Spiele Swish Swish. Spiele Knock-I'm Down. Spiele Test Your Love. Fahre mit der Flying Mantis. Fahre mit dem OctoRide, spiele Hydra Headhitter, geh zum Preisstand und hol dir deinen Preis. Möchtest du unsere lieben Tests? Ja. Optionale Fahrten und Spiele, fahre mit dem Time Twister, spiele Swish Swish, spiele Knock'em Down, spiele... Oh. Fahre mit der Flying Mantis, fahre mit dem OctoRide, spiele Hydra Headhitter, geh zum Preisstand und hol dir deinen Preis. Rechts vorbei. Jemand Lust auf Go-Kart? Ja, mit dir am Steuer? Nein, danke. Ja, ich würde ja gerne spielen, aber das funktioniert nicht. Oder ich bin zu doof, schon wieder mal. Harry geht vor zur Go-Kart-Bahn. Oh. Äh. Kommt schon, ihr Turtel-Täubchen, es wartet noch viel Park auf uns. Ein Go-Kart schneidet eine Kurve und überschlägt sich auf der Bahn. Ein breitschultriger Schwarzer mit unnatürlich grauer Haut springt auf die Bahn. Er hebt das Go-Kart hoch. Keine Angst, ich helfe dir. Ein anderer Fahrer rammt den großen Breitschultrigen. Das Go-Kart prallt von seinen Knöcheln ab, ohne Schaden anzurichten. Ist das... Tombstone? Was macht er denn hier? Er ist wohl ein... Mechaniker. Okay. Und hilft den Leuten... Tombstone klopft dem geretteten Fahrer auf die Schulter. Danke fürs rausziehen, Mann. Das hätte übel werden können. Vielleicht doch lieber die Achterbahn. Peter deutet mit dem Daumen nach hinten. Harry und MJ folgen ihm. Tombstone? Mysterio? Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Spiele Swish Swish. Spiele Knock-Up-Down. Spiele Test Your Love. Fahre mit der Flying Mantis. Fahre mit dem Octorite. Spiele Hydra Headhaters. Geh zum Preisstand und hol dir deinen Preis. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time-Twister. Spiele Swish-Swish. Spiele Knock-Up-Bern. Spiele Test Your Love. Fahre mit der Flying Mantis. Fahre mit dem Octo-Ride. Spiele Hydra Headhaters. Geh zum Preisstand und hol dir dollen Preis. Da! Es wirkt! Wirklich? Genieß es! Sieht euch rein! W-wa-was? Optionale Fahrten und Spiele... Oh, Screamy da! ...Rück, dass wir in einem anderen Universum nicht mit euch hier sein können. Fahre mit der Flying Mantis. Sehr einfach. Fahre mit dem Octo... Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time-Twister. Spiele Swish-Swish. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time-Twister. Spiele Swish-Swish. Spiele Knock-Up-Down. Spiele Test Your Love. Fahre mit der Flying Mantis. Fahre mit dem Octo-Ride. Spiele Hydra Headhaters. Geh zum Preisstand und hol dir deinen Preis. Nach dir. Screamy, den du nervst. Ein wahrer Gentleman. Peter und MJ sitzen vorne, Harry dahinter, neben einer Frau mit einem Plüschtier. Alles okay? Ich bin echt nervös. Keine Angst. Peter legt den Arm um MJ. Sie lehnt sich kurz an seine Schulter. Controller nach oben neigen, Hände heben, rechter Stick, ansehen, Kreuztaste, jubeln. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Person, der Harry seinen Preis gegeben hat, sich jetzt neben ihm setzen? Das wäre echt ein süßes erstes Treffen. Sollen wir den Liebestester probieren? Wieso? Du weißt schon. Harry hat auch mein wenig Liebe, wie er testen muss. Was löstet ihr da eigentlich die ganze Zeit? Ich sage MJ nur, dass sie die Arme weiter fahrtlich ausdecken soll. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Spiele Swish Swish. Spiele Knock-I'm-Down. Spiele Test Your Love. Fahre mit der Flying Mantis. Fahre mit dem Octo-Ride. Spiele Hydra Headhaters. Geh zum Preisstand und hol dir deinen Preis. Controller nach oben neigen, Hände heben, rechter Stick, ansehen, Kreuztaste, jubeln, Kreistaste, verlassen. Sorry, aber das ist etwas, was mich jetzt tatsächlich nervt. Da geht die ganze Story flöten, wenn der Screamy die ganze Zeit dazwischen labert. ... nach oben neigen, Hände heben, Stick, ansehen, Kreuztaste, jubeln, Kreistaste, verlassen. Wuhu! 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 Okay, die Fahrt hört erst auf, wenn ich die Kreistaste drücke. Controller nach oben neigen, Hände heben, ansehen, Kreuztaste, jubeln, Kreistaste, verlassen. Wuhu! 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 Das war episch! Ja, oder? Peter, MJ und Harry gehen durch ein hohes Drehkreuz raus. Wuhu! 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 Ja, Problem ist, hier ist man nicht... Wir wollten den Alltag heute vergessen, aber ich muss eine Ausnahme machen. MJ, du musst mal zur Stiftung kommen. Schau dir Peets neues Büro an. Ja, ich weiß. Aber ich hab grad so viel Stress. Ich muss Jonah beeindrucken. Ihren Boss. Moment. Jonah? Jameson? Der schwierige Schreihals? Sagt dir, was du zu tun hast? Nur wenn ich meinen Job behalten will. Du hast den Abend heute wirklich nötig. Hast du das Gesicht von dem Typen gesehen? Der war echt angepisst! Das war der Hammer! Riech dir es noch? Ich glaube, ich riech es noch. Ich spür's in meinen Nebenhöhlen. Wasch dir das Gesicht, dann wird das wieder. Oh, Mist! Es ist auf meiner Hose! Scheiße, Mann! Das wäre nicht passiert, wenn du dich nicht davor gedrückt hättest, sie zu werfen. Weißt du was? Das ist auch dein Problem. Wir waren zusammen, weißt du noch? Fenstermann. Nicht mein Problem. Jo, vielleicht aber doch. Oh, sieh mal an, wer zu nah dran war. Was ist los mit dir? Oh, das stinkt! Doktionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Spiele Swish. Jaaaa! Ist ja gut! Fahre mit der Flying Mantis. Fahre mit dem Octorite. Spiele Hydra Headhaters. Geh zum Preisstand und hol dir deinen Preis. Was sagt ein heimlicher Verehrer? Wer? Jonah? Nichts. Nicht ein Wort über meinen Artikel. Nicht zu fassen, dass er dein Boss ist. Suchen wir einfach was zum draufschlagen. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Spiele Swish Swish. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem... Spiele Hydra Headhaters. Geh zum Preis und hol dir deinen Preis. Jaaaa! Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Spiele Swish Swish. Spiele Swish Swish. Spiele Swish Swish. Spiele Swish Swish. Du schaust ewig her zu sein. Du schaust ewig her zu sein. Es kommt einfach. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Ohhhh! Ich wünschte mir die... Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Spiele Swish Swish. Spiele Knock'em Down. Spiele Test Your Love. Fahre mit der Flying Mantis. Fahre mit dem Octorite. Spiele Hydra Headhaters. Geh zum Preisstand und hol dir deinen Preis. Ich hatte echt großes Glück mit dieser zweiten Chance. Jetzt muss ich das Beste daraus machen. Viel arbeiten, viel feiern. Optionale Fahrten und Spiele. Boah! Spiele Swish Swish. Spiele Knock'em Down. Spiele Test Your Love. Optionale Fahrten und Spiele. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Spiele Swish Swish. Spiele Knock'em Down. Spiele Test. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Spiele Swish Swish. Spiele Swish Swish. Spiele Knock'em Down. Spiele Test Your Love. Fahre mit der Flying Mantis. Okay, Entschuldigung Leute, ich muss gerade mal was machen. Ich muss gerade mal schauen, dass ich diese Sprachausgabe gerade mal kurz ein bisschen leiser mache. Das ist ja fürchterlich. Das nervt ja ohne Ende. So. Optionale Fahrten und Spiele. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Spiele Swish Swish. Das schaut ein bisschen besser aus. Jetzt kann ich wenigstens auch mal ein bisschen die Story hören. Ich wäre schon früher drauf kommen können, das mal zu machen. Optionale Fahrten und Spiele. Optionale Fahrten und Spiele. Fahre mit dem Time Twister. Was sagst du? Ähm Pete, dein letzter Hotdog ist dir nicht so gut gekommen. Oh, ja. So viele. Arme. Spiele Schwish Swish. Spiele noch ein wieder an. Spiele Test Your Love. Optionale Fahrten und Spiele. Optionale Fahrten und Spiele. So ist das doch ein bisschen angenehmer. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass wir... Okay, wie komme ich jetzt hier weiter? Ja, ähm... Der Park ist ja schön, aber... Das ist langsam wirklich... Okay. Wie komme ich hier weiter, bitte? Ja, Fahrrad mit dem... Okay. Also ich wünschte, man könnte den Screen ja noch mit einer anderen Taste stoppen, als nur mit dem Kreuz. Ja, lass mich doch mal hier weitergehen. Was war das? Hä? Was war das? Ja, was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt... Wir sind offenbar an dem Punkt angekommen, aber... Ich kann... Ich kann... Nichts... Machen! Ach, das nervt! Verzeihung, aber... Sorry, vielleicht jahre ich auch zu viel, ich weiß es nicht, aber... Okay, ich drehe mich mal und gehe mal hier weiter. Fahre mit der Flying Mantis. Fahre mit dem Octomate. Spiele Hydra Headhinter. Geh zum Preisstand und hol dir deinen Preis. Zumindest kann ich schon mal weiter gehen. So. Ach, das gibt's da nicht. Ich geh jetzt einfach mal... Ich geh jetzt einfach mal... Irgendwann der Musik nach. Geh zum Preisstand und hol dir deinen Preis. Wo sagt ich dann? Nein? Nein? Ist dir ein Einfluss? Aber ich sag mein eigenes Ding. Verstehst du? Wasser eben... Ja. Ja. Ich bin doch mal froh, dass ich das größte... Okay, das... Funktioniert halt schon mal überhaupt gar nie nicht. Okay, Leute, sorry. Ich muss mich da mal wieder wahrscheinlich ein bisschen belesen. Weil hier der Park, der ist einfach nur... Schwierig. Ich glaub, der ist einfach schwierig. Irgendwie ist der schwierig. Vielleicht bin ich auch etwas zu vorschnell. Das mag gern sein, aber irgendwie... Oh! Dieser... Das Klingel nervt mich auch tatsächlich ein bisschen. In dieser Situation macht er ein bisschen aggressiv. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und... Bye, bye. Bye, bye.